Los, hallo, noch ein, noch ein Part mit den Zwillingen, let's play Harry Potter. Die Hände hoch! Richtig Semper! Die Hände hoch! Ah, Minispin! Die Hände hoch! Richtig Semper! Richtig Semper! Die Spinnen sind immer hässlich, Elf. Elastop! Wie? Die sind da einfach so im Verboten, dass... Elastop! 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 Der darf aber nicht zaubern. Der Dr. 5. Elastop! Ja. Hast du nicht zugegeben? Der Dr. 5. Elastop! Weil Tom Schniedel ihn erwischt hat. Weil er... weil er angeblich... ...er Erfnis der Gewinn ist. Nein. Waaah! Uch! Das hat aber viele Blitze abgezogen. Scheiße! Oh! Die... 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 Die Sendung! 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 Ja, eine Sendung. Die Sendung! 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 Hallo, Robora! Hallo, Robora! Gelastung! Hallo, Robora! Ich möchte ein Geräusch hören, das mir nicht gefällt. Ich kann nicht beißen! Flippendo! 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 Nimm den Imp. Ja, aber da sehen sie freundlicher aus, da haben sie wenigstens genug aus. Flippendo! 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 Die Bingo! Die Bingo! Die Bingo! Die Bingo! Ja, aber wirklich. Die Bingo! Außerdem ist es ein Zaubererspiel. Guckt mal! Die Bingo! Der Hinweis, dass man da fliegt. Die Bingo! Das ist total unaufkommen. Ja. Woher weiß er das nur? Was ist und bleibt ein Rätsel? Die Bingo! Das auch! Although Aurora! cattle Die Bingo! Die Bingo! Die Bingo! Erf war'm! Ich kann jetzt mal Pilsen messen. So wie Mario. Damit der Hai wird. Das sind doch voll Drogenpilze, oder? Riecht das Mikro weg! Was macht denn der da? Guckt mal den an! Ist das ein Bug? T Friss! Ihr habt doch längst... Kennt ihr das Video Angry German Kid? Das ist auch scheisse oder bei der Verarsche. Das ist genial, das muss ich euch gleich mal zeigen, wenn wir hier fertig sind. Das ist das, was mir erst gefällt, der Dachley ist. Der so rumschreit immer. Oh je, also das sind jetzt schon... Äh, keine Ahnung, warum hat's irgendeine Zutrasche? Oh nein. Flipendo! Überhaupt nicht. Flipendo! Flipendo! Woah! Woah! Failed! Fucky! Muss ich wieder ganz von vorne anrufen. Naja, also wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Let's Play Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Also servus!